Eine neue Sprache zu lernen, ist eine Herausforderung. Learning a new language is a challenge. Wenn du gerade beim Deutschlernen bist, hast du das wahrscheinlich schon bemerkt. If you are currently learning German, you might have noticed that already. Seit einiger Zeit ist aber eine neue technologische Entwicklung auf dem Markt, über die jeder spricht und die offensichtlich so gut wie alles kann. For some time, there has been a new technological development out on the market that everybody is talking about. Ich spreche natürlich über die KI, die künstliche Intelligenz. I am talking about AI, Artificial Intelligence. Heute möchte ich gerne einen Blick darauf werfen, ob uns dieses System dabei helfen kann, besser und einfacher Deutsch zu lernen. Heute möchte ich dieses System anschauen und herausfinden, ob es uns helfen kann, Deutsch zu lernen, in einer einfacher und effektiven Weise zu lernen. Eigentlich könnten wir denken, wenn es ein System gibt, das so gut wie alles kann, dann muss das doch der Schlüssel zum Sprachenlernen sein. So viel habe ich jetzt aber noch nicht darüber in den Medien gehört. Actually, I haven't heard so much about it in the media so far. Aber warum? Es steht mir rund um die Uhr zur Verfügung. Es wird nicht müde. Ich kann es nicht mit meinen Fragen und Wünschen nerven. Und es switcht nicht zu Englisch, wenn es genug hat, Deutsch mit mir zu sprechen. Vielleicht ist ein Grund dafür, dass es noch nicht so stark zum Sprachenlernen herangezogen wird, dass es künstlich ist. Maybe one reason why we don't use it so much for language learning so far, is that it is artificial. Eine Sprache ist etwas Natürliches, ein natürliches Phänomen, das sich entwickelt hat, weil wir Menschen miteinander kommunizieren möchten. Aber das muss ja nicht bedeuten, dass wir es nicht trotzdem für unsere Zwecke nutzen können. But that does not have to mean that we cannot use it for our purposes. Ich werde heute also versuchen herauszufinden, ob wir KI zum Sprachenlernen nutzen können. So today I am going to find out, if we can use AI for language learning. Ich verwende selbst ChatGPT seit einiger Zeit und ich habe festgestellt, dass es noch einige Fehler gibt. I have been using ChatGPT for myself for some time now and I have discovered that there are some mistakes from time to time. Ich werde also heute meinen Freund ChatGPT interviewen und werde ihm drei allgemeine Fragen stellen, um herauszufinden, was er kann. So I am going to have a little interview with my friend ChatGPT. I am going to ask three more general questions to find out what the system knows about language. Und dann werde ich eine speziellere Frage stellen, die ich gern in allen Stufen beantwortet haben möchte, von A1 bis C2. And then I am going to ask more particular questions that I want to have answered on all levels from A1 to C2. So möchte ich herausfinden, ob und wie wir ChatGPT nutzen können, um besser Deutsch zu lernen. So I want to find out, if and how we can use ChatGPT in order to help us learn German in a better and easier way. So, hier bin ich also mit ChatGPT. Here I am with ChatGPT. Ich habe mich ein bisschen angepasst und du siehst mich auch nur als Bild in der rechten oberen Ecke. Okay, I adapted a little so you can see me only as a picture in the right top corner. Die ersten drei Fragen werden allgemeiner sein. The first three questions will be a bit more general. Die erste wird sein, welche Sprachstufen es gibt. The first will be about the different language levels in German. Das kann dir auch wieder ein bisschen helfen, um festzustellen, wo du dich gerade befindest. That could help you also to find out where you are. Ich beginne immer mit Hallo. I'll always start with Hello, although this is a machine. I know this is stupid. Das ist dumm, ich weiß. Es ist ja eine Maschine. Aber ich versuche immer höflich zu sein. I always try to be polite and nice. Kannst du mir bitte sagen, welche Niveaustufen es beim Deutsch lernen gibt? Could you please tell me about the different language levels we have when we learn German? So, let's wait for the answer. Sehen wir, was er schreibt. Hallo, ja sicherlich, of course. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Okay. Also, er hat uns alle Stufen gegeben. We got all the different levels and also a little description to it. Und auch eine kleine Beschreibung dazu. Das sieht sehr gut aus. That looks quite good for me so far. Wir werden uns das jetzt ein bisschen im Detail dann ansehen. We will have a little look into detail. Gehen wir aber zuerst zur zweiten Frage über. Let's first have a look at the second question. Wir möchten ja zunächst herausfinden, wie es mit ChatGPT und der Sprache bestellt ist. Die zweite Frage handelt von Problemen beim Deutsch lernen. The second question is about problems when we learn German. Welche Probleme kann es beim Deutsch lernen geben? What kind of problems can we encounter when we study German? Oh, I wrote welche with an H in the end. Ich habe welche mit H am Ende geschrieben. Okay. Grammatik, Aussprache, Wortschatz, komplexe Satzstrukturen, kulturelle Unterschiede, falsche Freunde, Selbstbewusstsein, mangelnde Übung, Übersetzungsmuster. Das sieht sehr interessant aus. That looks quite interesting, I have to say. Really interesting problems that ChatGPT mentions here. Interessante Probleme, die ChatGPT hier erwähnt. Auch das sehen wir uns ein bisschen später im Detail an, weil es uns natürlich beim eigenen Deutsch lernen helfen kann. We will have a look at this in detail a bit later, because it can help us. Und kannst du mir bitte ein paar Tipps und Tricks zum besseren Deutsch lernen geben? Could you give me some tips and tricks in order to learn German in a better way? Natürlich. Realistic goals. Train daily. Find partners. Train your listening comprehension. Active reading. Old language travels. Okay, it's too quick. Das ist zu schnell. But also this looks quite promising. Das sieht auch sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Also, werden wir mal schauen, was uns ChatGPT hier gegeben hat. Let's have a look. Hier sind wir also bei den einzelnen Sprachstufen von A1 bis C2. We have a look now at the different language levels from A1 to C2. Hier gibt es ja den europäischen Referenzrahmen für Sprachen. We have the European Reference Frame for Languages. Wo die Sprachstufen beschrieben sind. Where the language levels are being described. Sehen wir uns das kurz an. Das kann uns auch helfen, uns selbst ein bisschen zu finden, auf welcher Stufe wir gerade sind. Meistens sind wir nicht immer genau auf einer Stufe, sondern zwischen zwei Stufen. It can also help us to have a look at it, to find out where we are at the moment. Most of the times we are not clearly on one level, but in between two levels. So, der Bereich A, A1 und A2. We have the area of A, A1 and A2. A1 sagt, kann einfache Alltagssituationen verstehen und sich auf einfache Weise verständigen. It can understand simple everyday situations and communicate in a simple way. Kann sich selbst vorstellen und einfache Fragen zu persönlichen Details beantworten. It can introduce themselves and answer simple questions about personal details. Und A2 sagt, kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die sich auf Bereiche von unmittelbarer Bedeutung beziehen. Kann in einfachen Alltagssituationen kommunizieren und einfache Informationen austauschen. Kann communicate and exchange simple information in simple everyday situations. Das gefällt mir gut. I like that. Das hat ChatGPT gut gemacht. Well done, ChatGPT. So, hier sind wir im B-Bereich. We are at the B-Levels now. Ich werde ab jetzt nur die deutsche Version lesen. Ich denke, die englische kannst du selbst lesen oder du machst einen Screenshot und kannst es dann in Ruhe lesen. Du kannst ja auch das Video jederzeit anhalten. B1 kann die Hauptpunkte einfacher Texte verstehen und sich in den meisten Situationen verständigen. B2 kann Erfahrungen, Ereignisse, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und Begründungen oder Erklärungen für Pläne und Ansichten geben. Und B2 kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne oft nach Worten suchen zu müssen. Das gefällt mir auch sehr gut. I also like this one. Auch den Bereich B1, B2 hat ChatGPT gut beschrieben. Also, these two levels are really described very well by ChatGPT. Und wir sind schon im Bereich C1, C2. We are already at the levels C1 and C2. C1 kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und implizite Bedeutungen erfassen. C2 kann sich spontan und flexibel in sozialen, beruflichen oder akademischen Situationen ausdrücken. Und C2 kann praktisch alles, was er oder sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Argumente kohärent präsentieren. So, also the levels of C1 and C2 are very well done. Thank you, ChatGPT. You did a great job here. ChatGPT hat hier wirklich gut gearbeitet. C1 und C2 sind sehr gut beschrieben. Kommen wir nun zur nächsten Frage, nämlich zu den Problemen, die es geben kann, wenn wir Deutsch lernen. Let's now have a look at the next question, which is the problems that can occur when we learn German. Hier haben wir also die ersten drei Probleme, die auftauchen können, wenn wir Deutsch lernen. Here we can see the first three problems that can occur when we learn German. Nummer eins, Grammatik. Deutsch hat eine komplexe Grammatik einschließlich Kasus, Genus, Deklinationen und Konjugationen. Das Verständnis und die Anwendung dieser grammatischen Regeln können für Lernende herausfordernd sein. Das finde ich auch, das ist ein guter Punkt. Natürlich, wir haben erwartet, dass die Grammatik als Problem hier auftritt. That's a very good point. I think we all expected that grammar would occur here at the problems. Wir müssen natürlich versuchen, die Grammatik zu verstehen, die Regeln zu verstehen, um die Sprache korrekt anwenden zu können. We have to understand the grammar, we have to understand the rules in order to apply them. Nummer zwei, die Aussprache. Die deutsche Aussprache kann für Nicht-Muttersprachler schwierig sein, insbesondere aufgrund von Lauten, die möglicherweise nicht in anderen Sprachen vorkommen. Auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wenn wir sprechen möchten, wir ja korrekt sprechen. That's another important point, I think. Whenever we speak, we want to speak correctly or as most correctly as possible. And if we come across some sounds that we do not know from our own, from our first, from our mother tongue, then this could be problematic. Es kann natürlich schwierig sein, wenn wir Lauten begegnen, die wir von unserer Muttersprache, von unserer ersten Sprache nicht kennen. Und Nummer drei, der Wortschatz. Der deutsche Wortschatz kann umfangreich sein und das Erlernen neuer Wörter sowie das Verstehen von Synonymen und Antonymen können Zeit und Übung erfordern. Vocabulary can be really extensive. That's true. That's a good point. And of course, it is very important to have a broad vocabulary if you want to speak with a variety of words. Wenn wir wirklich abwechslungsreich sprechen möchten, auf guter Stufe, auf gutem Niveau sprechen möchten, dann brauchen wir auch einen großen Wortschatz. Die nächsten drei Probleme, wir sehen hier komplexe Satzstrukturen. Deutsch neigt dazu, komplexe Satzstrukturen zu haben. Das Verstehen und Bilden solcher Sätze kann für Anfänger eine Herausforderung darstellen. Das finde ich auch und zwar nicht nur für Anfänger. Ich glaube, jeder, der Deutsch lernt, weiß, dass es nicht so einfach ist, diese langen und schwierigen Satzstrukturen zu verstehen und auch selbst anzuwenden. Ich glaube, jeder, der Deutsch lernt, weiß, dass es ziemlich schwierig ist, nicht nur zu verstehen, die schwierige und komplexe Satzstrukturen zu verstehen, sondern sie zu prächtigen und sie selbst prächtigen. Nummer fünf. Kulturelle Unterschiede. Das Verstehen dieser Aspekte ist wichtig für eine umfassende Kommunikation. Auch das ist ein sehr wichtiger und interessanter Punkt. Also, this one is a very interesting and important point, I would say. Natürlich nicht nur die deutsche Kultur, sondern jede deutschsprachige Kultur, wie wir sie auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein oder in Luxemburg haben. Of course, we do not only talk about the German culture, but the so-called German speaking cultures that we can find in Austria, in Switzerland, in Liechtenstein and in Luxemburg. Und die Nummer sechs. Falsche Freunde. Es gibt Wörter im Deutschen, die ähnlich wie in anderen Sprachen klingen, aber eine unterschiedliche Bedeutung haben. Das kann zu Missverständnissen führen. Das stimmt natürlich. Wir müssen sehr gut auf solche falsche Freunde aufpassen. Als Beispiel. Bekommen und become. That's of course very true. We have to be very careful about these false friends. They can be misleading. One example. Bekommen and become. Und die nächsten drei Punkte. Selbstbewusstsein und Hemmungen. Manchmal können Lernende aufgrund von Selbstbewusstseinsproblemen oder Hemmungen beim Sprechen Schwierigkeiten haben. Die Überwindung dieser Barrieren ist wichtig für die Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. That's a very important point. Das geht vor allem an alle Perfektionisten. This goes out to all the perfectionists out there. Wir müssen lernen, dass wir Fehler machen können. Dass wir selbstbewusst sprechen können, auch wenn wir nicht perfekt sind. We have to learn that we can make mistakes when we speak. We can be self-conscious and secure about this, even if we make mistakes. Nummer acht. Mangelnde Übung. Regelmäßige Praxis ist entscheidend für den Spracherwerb. Ein Mangel an Gelegenheiten zum Sprechen oder Schreiben kann den Lernprozess verlangsamen. Auch das ist ein Punkt, den ich immer wieder selbst erwähne. Also, this is a point I always mention myself. Es ist besser, jeden Tag fünf Minuten zu trainieren, als einmal pro Woche vielleicht eine Stunde. It is always better to train, let's say five minutes a day, than one hour a week. Wir müssen im Training bleiben, wie beim Sport. We have to keep training, like in sports. Und wenn wir niemanden zum Sprechen haben, dann schreiben wir entweder oder wir sprechen zu uns selbst oder wir denken einfach auf Deutsch. Und die Nummer neun. Übersetzungsmuster. Ein häufiges Problem besteht darin, dass Lernende dazu neigen, in ihrer Muttersprache zu denken und dann ins Deutsche zu übersetzen. Dies kann zu unidiomatischem Ausdruck und langsamerem Sprechen führen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. That is also a very important point. Wir sollten versuchen, das Übersetzen wirklich auf die Seite zu schieben. We should really try to get away from translating. Ich weiß, als Erwachsene, die bereits eine oder mehr Sprachen im Kopf haben, ist das nicht so einfach. I know that is not very easy as grown-ups who already have one or more languages in their head. Und schließlich gibt uns Chat-GPT sogar noch ein paar Lösungsvorschläge, wie wir diese Probleme meistern können. Und finally, Chat-GPT even gives us some suggestions how we could master these problems. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ist es wichtig, einen vielfältigen Lernansatz zu wählen, der das Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben einschließt. Die Teilnahme an Sprachkursen, das Nutzen von Sprach-Lern-Apps, das Lesen von Büchern und das Ansehen von deutschen Filmen oder Sendungen können dabei helfen, die verschiedenen Aspekte der Sprache zu verbessern. Das ist genau, was jeder Sprachlehrer auch sagen wird. That's exactly what every language teacher will tell you as well. Wir müssen alle Fähigkeiten trainieren. We have to train all the skills. Also mit der Beantwortung dieser zweiten Frage bin ich auch sehr zufrieden. Und I'm also very happy with the answer to this second question. Gehen wir nun zur nächsten Frage. Welche Tipps und Tricks kann uns Chat-GPT geben, um besser Deutsch zu lernen? Let's go to the third question. Which Tipps and Tricks can Chat-GPT give us in order to learn German in a better and easier way? Tipp Nummer eins. Setze realistische Ziele. Teile deine Lernziele in kleinere, erreichbare Schritte auf. Dies macht den Lernprozess weniger überwältigend und ermöglicht es dir, Fortschritte besser zu verfolgen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, überall im Leben gut verwenden können. I think that's a very important point that we can use practically everywhere in life. Kleine Ziele, small goals, small steps, kleine Schritte. Wenn wir wissen, welches Ziel wir erreichen möchten, können wir auch gut darauf hinarbeiten. If we know which goal we want to achieve, we can work towards it. And we do not just walk around. Und wir gehen nicht nur einfach herum. Nummer zwei. Täglich üben. Kontinuierliche Übung ist entscheidend. Versuche jeden Tag ein wenig Zeit für das Deutsch lernen zu reservieren, selbst wenn es nur für kurze Übungen oder das Lesen eines Artikels ist. Auch das ist etwas, was ich meinen Studenten immer sage. Es ist besser, täglich zu üben, ein bisschen als einmal pro Woche lang. This is also a point that I always tell my students. It is better to train a bit every day than only once a week for a longer time. Tipp Nummer drei. Sprachpartner finden. Suche nach Sprachpartnern, um regelmäßig Deutsch zu sprechen. Dies kann durch Tandem-Partnerschaften, Online-Sprach-Austausch-Plattformen oder lokale Sprachgruppen erfolgen. Natürlich ist es sehr wichtig, jemanden zu finden, mit dem man sprechen kann. It is very important to find someone you can talk to. Je nach Angebot kann man natürlich diese Tipps hier annehmen. According to the offers you have in your surrounding, you can take this tip. Nummer vier. Hörverständnis verbessern. Höre regelmäßig deutsche Musik, Podcasts, Hörbücher oder schaue deutsche Filme und Serien. Dies hilft nicht nur beim Verständnis der Aussprache, sondern auch bei der Anpassung an verschiedene Dialekte und Sprachstile. To listen to the language is a very important point. You get used to it and it helps you also to acquire the language in the full context you can have. Hören ist ganz, ganz wichtig. Je mehr du Deutsch hörst, umso besser kannst du die volle Sprache ausschöpfen. Nummer fünf. Aktiv lesen. Lies regelmäßig auf Deutsch, sei es Bücher, Nachrichtenartikel oder Blogs. Versuche verschiedene Genres und Schwierigkeitsgrade auszuprobieren, um deinen Wortschatz zu erweitern. Active reading is of course a very important point. By doing so, you repeat the sentence structures and you get to know new words. Wenn wir aktiv lesen, dann wiederholen wir natürlich die Satzstrukturen und wir lernen neue Wörter. Sprachreisen oder Sprachaufenthalte. Wenn möglich, nimm an Sprachkursen in Deutschland teil oder verbringe Zeit im deutschsprachigen Umfeld. Das Eintauchen in die Sprache beschleunigt oft den Lernprozess. Das ist natürlich ein Punkt, den können wir alle unterschreiben. I think that's something we all know. Wenn wir in einer Umgebung sind, die die Sprache spricht, können wir viel mehr trainieren. Wir hören die Sprache viel öfter. Das hilft uns natürlich, schneller gut Deutsch zu lernen. Whenever we are surrounded by the language a lot, we can practice it much more and we can learn faster. Nummer 7. Lerne Grammatik im Kontext. Anstatt Grammatikregeln isoliert zu lernen, versuche sie in praktischen Kontexten zu verwenden. Schreibe Sätze und Absätze, um die Regeln anzuwenden. Ein sehr wichtiger Punkt. Isoliert zu lernen ist nie gut. Wir brauchen Bilder im Kopf, dann können wir sie uns besser merken. Ich bin auch dafür, verrückte, abnormale Bilder und Situationen zu erschaffen. So können wir sie viel einfacher merken. Nummer 8. Vokabelkarten nutzen. Erstelle Vokabelkarten mit neuen Wörtern und deren Bedeutungen. Diese Karten kannst du regelmäßig durchgehen, um deinen Wortschatz zu festigen. Ja, Vokabelkarten finde ich auch gut, wenn wir die Vokabeln immer wiederholen und sehen, was können wir schon und was müssen wir noch trainieren. I find these cards quite good when we repeat them and when we see which words can we already remember and which do we have to train again. Nummer 9. Fehler machen ist okay. Hab keine Angst vor Fehlern. Sie sind ein natürlicher Teil des Lernprozesses. Korrigiere deine Fehler, lerne daraus und verbessere dich weiter. Ein wichtiger Punkt. Super wichtig. Wieder für alle Perfektionisten bitte. Fehler sind gut. Ein Fehler zeigt uns ja nur, was noch fehlt, was wir noch nicht haben. Das ist nichts Böses, nichts Schlimmes, nichts Negatives. Es passiert niemandem etwas, wenn wir einen Fehler machen. Das ist so wichtig. Es muss uns egal sein, ob wir einen Fehler machen. We really shouldn't care about making a mistake. Wenn wir so weit kommen, haben wir viel gelernt. If we get to this point, we really learn a lot. Nummer 10. Apps und Online-Ressourcen verwenden. Nutze Sprachlern-Apps, Online-Übungen und Ressourcen wie Duolingo, Bubble, Memrise oder Deutsche Welle, um abwechslungsreiches Lernen zu ermöglichen. Ja, Apps und Online-Ressourcen sind natürlich super. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten darauf zuzugreifen. Of course, this is a very important idea. Today we have so many possibilities to take whatever we can. Ressourcen wie Duolingo, Bubble, Memrise. Ich werde dazu auch ein Video machen und diese Apps testen, wie gut sie wirklich sind. I'll also do a video to these apps and I will check how good they really are. Nummer 11. Lerngruppen beitreten. Schließe Dich Lerngruppen oder Foren für Deutsch Lernende an. Der Austausch mit anderen Lernenden kann motivierend sein und zusätzliche Perspektiven bieten. Natürlich eine super Idee. A very good idea. Wenn Du Gruppen findest, denen Du beitreten kannst, mach das. Du kannst nicht nur motiviert werden, sondern Du siehst auch, dass andere, die Deutsch lernen, genau die gleichen Probleme haben wie Du auch. Und Nummer 12. Tägliche Routinen auf Deutsch umsetzen. Versuche, so viele tägliche Aktivitäten wie möglich auf Deutsch zu beschreiben. Dies fördert das Denken in der neuen Sprache. Auch das ist einer meiner Top-Tipps. Das kannst Du immer und überall tun. Du kannst auf Deutsch denken, was mache ich gerade? Ich koche, ich gehe einkaufen, ich gehe ins Bad, ich gehe zur Arbeit, ich gehe zum Supermarkt. Tut das so oft Du kannst, denk auf Deutsch oder schreib es auch auf, was Du gerade tust. Und am Ende noch ein kleiner Tipp. Denke daran, dass jeder Mensch unterschiedlich lernt. Daher ist es wichtig, verschiedene Ansätze zu testen und herauszufinden, was am besten für Dich funktioniert. Viel Erfolg beim Deutsch lernen. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt. Jeder muss für sich herausfinden, wie er oder sie am besten lernen kann. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und jeder muss für sich herausfinden, wie er oder sie den besten Weg lernen kann. Okay. Sehen wir uns jetzt die spezielle Frage an, die ich ChatGPT stellen werde. Let's now have a look at the particular questions that I'm gonna ask ChatGPT. Ich werde ihn bitten, mir eine Person vorzustellen und zwar in verschiedenen Stufen von A1 bis C2. I'm gonna ask ChatGPT to introduce a person on the different levels from A1 to C2. Und hier gebe ich also ChatGPT die Punkte, die ich gerne hätte. I'm gonna give ChatGPT the points that I want to have and the introduction of this person. Hallo, kannst du mir bitte mit den folgenden Punkten eine kurze Vorstellung dieser Person schreiben und zwar jeweils einen kurzen Text auf jeder Stufe von A1 bis C2. Wichtig ist, dass du bitte für jede Stufe das passende Vokabular und die passenden Grammatikkenntnisse verwendest. Die Informationen zu der Person sind, and now you have here, the different points of information like name, age, profession, if he has kids or not, where he lives, the languages he speaks, his hobbies. And I want ChatGPT to do this on all the levels from A1 to C2. So let's see what ChatGPT does for me. A1, very short, A2, a bit more, B1. Okay, now just thinking for B2, that's good. It's good when ChatGPT nachdenkt. B2, ja, C1 is schon mehr. Und C2, of course C2 is the most and the longest one. So let's have a look at these introductions in detail. So hier haben wir die Vorstellung von Peter auf der Stufe A1. This is the introduction of Peter on the level A1. Ich werde wieder nur die deutsche Version lesen und die englische. Kannst du dann wieder selbst für dich lesen. Das ist Peter. Er ist 32 Jahre alt und lebt in Berlin. Peter ist Architekt. Er spielt gerne Tennis und trifft Freunde im Kino oder Restaurant. Er spricht Deutsch als Muttersprache. Peter spricht auch Englisch gut und Spanisch für den Urlaub. Ich denke, das ist ganz gut für A1. I think this is quite good for the level A1. Well done, ChatGPT. Let's go to the next level. Schauen wir uns die nächste Stufe an. A2. Peter ist 32 Jahre alt und wohnt in Berlin. Er arbeitet als Architekt. In seiner Freizeit spielt er gerne Tennis und trifft sich mit Freunden im Kino oder im Restaurant. Peter spricht Deutsch als Muttersprache. Außerdem kann er gut Englisch und Spanisch für den Urlaub. Auch A2 ist gut gemacht. Also A2 is well done. Wie sieht es mit B1 aus? What about B1? Peter ist 32 und lebt in Berlin. Als Architekt arbeitet er mit Leidenschaft an verschiedenen Projekten. In seiner Freizeit spielt er gerne Tennis und verabredet sich mit Freunden für Kino oder Restaurantbesuche. Neben Deutsch spricht er fließend Englisch und hat auch gute Spanischkenntnisse für den Urlaub. Wir sehen also, JGPT macht wirklich einen Unterschied zwischen den Stufen. Für B1 geht er nun ein bisschen mehr in die Variationen des Vokabulars. Wir sehen, dass JGPT really distinguiert zwischen den Leveln. Und er gibt uns jetzt ein bisschen mehr in die Variationen des Vokabulars und Grammar-Structures. B2. Peter, 32 Jahre alt und in Berlin ansässig, ist ein erfahrener Architekt. Neben seinem beruflichen Engagement pflegt er seine Leidenschaft für Tennis und verbringt gerne Zeit mit Freunden im Kino oder in Restaurants. Peter beherrscht Deutsch als Muttersprache, spricht Englisch auf einem sehr guten Niveau und verfügt über solide Spanischkenntnisse, die ihm im Urlaub nützlich sind. Hier sehen wir ganz klar den Wechsel auf die Stufe B2. Hier sehen wir die Veränderung zu dem Level B2. Die Variation der Wörter, die grammatischen Strukturen, die Variation der Wörter und die grammatischen Strukturen. Das ist auch sehr gut gemacht. Das ist sehr gut gemacht. Jetzt bin ich gespannt, wie JGPT das Niveau C1 beschreibt. Ich bin sehr gespannt, wie JGPT das Niveau C2 beschreibt. Peter, ein 32-jähriger Architekt aus Berlin, zeichnet sich nicht nur durch sein fundiertes, berufliches Know-how aus, sondern auch durch seine Liebe zum Tennis und sein geselliges Wesen. In seiner Freizeit genießt er es, mit Freunden das Kino zu besuchen oder in Restaurants zu speisen. Als Muttersprachler des Deutschen beherrscht er Englisch auf einem sehr hohen Niveau und verfügt über solide Spanischkenntnisse, die ihm im Urlaub zugutekommen. Das ist sehr gut gemacht. That's very well done. Wir sehen hier wieder die Steigerung der Variation und der grammatischen Strukturen. Again, we can see the next level of variation of words and the complex grammatical structures. Und schließlich das höchste Niveau, das wir erreichen können, C2, finally the highest level we can reach, C2. Peter, ein renommierter 32-jähriger Architekt aus Berlin, vereint berufliche Exzellenz mit einer leidenschaftlichen Hingabe zum Tennis und einer ausgeprägten sozialen Ader. Seine Freizeit verbringt er gerne mit Freunden bei Kinobesuchen oder in gehobenen Restaurants. Neben seiner deutschen Muttersprache beherrscht er Englisch auf höchstem Niveau und verfügt über profunde Spanischkenntnisse, die ihm ein fließendes Kommunizieren im Urlaub ermöglichen. Auch hier hat Chad Chepity sehr gute Arbeit geleistet. Also hier, Chad Chepity did a very good job. Ich muss sagen, ich war etwas skeptisch, wie Chad Chepity das meistern wird. I was a little bit skeptical, how Chad Chepity would master this task, aber das System hat mich wirklich überrascht. The system really surprised me. This is a good job. Das ist gute Arbeit. Das heißt, ich werde in einem neuen Video wieder mit Chad Chepity arbeiten, aber dieses Mal werde ich versuchen, mit Chad Chepity in Dialog zu treten, um auf verschiedenen Niveaus mit ihm zu kommunizieren. Das wäre dann wirklich eine praktische Anwendung, wo du Chad Chepity verwenden kannst, um mit ihm sprechen oder schreiben zu trainieren. Ich hoffe, unser kleiner Ausflug in die Welt der künstlichen Intelligenz hat dir gefallen und vielleicht sogar ein bisschen bei deinem Deutsch lernen geholfen. Wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich immer über deinen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst. Ich hoffe, wir sehen uns bald in einem anderen Video. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg beim Deutsch lernen. Tschüss, baba. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.